Hallo, ich hoffe euch geht's gut. Grüße gehen raus. Ich wollte euch nur eine Information geben und zwar mein 30-tägiger Bann ist vorbei auf Twitch. Ich bin jetzt wieder live auf Twitch von Dienstag bis Samstag, so gegen 19 Uhr, sonntags gegen 18 Uhr, alle Streams gehen bis Open End. Wir machen natürlich alles mögliche Gameplay, just chatting und weiteres. Ich zeige euch mal gerade noch meinen Twitch-Kanal, da könnt ihr gerne kostenlos reinfolgen, Patrick780TV, wieder back auf Twitch. Freut mich auf jeden Fall und ich hoffe, wir sehen uns dort und ich lese euch da im Chat, die, die jetzt vorher auch bei YouTube waren. Dann würde ich auch an dieser Stelle sagen, ciao, ciao und wir sehen uns auf Twitch.